Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Karl und heute spielen wir Golfit mit einer großen Runde aus YouTubern. Sprich, André ist dabei, Mirkan ist dabei und Braxis. Ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen, wenn nicht Cringe. Lasst ein Like und ein Abo da, schaut das Video unbedingt bis zum Ende, damit ihr schützt mich am allermeisten. Und checkt die Jungs ab. Damit würde ich sagen, viel Spaß beim Video. So, 1, 2, 3, 1. Das ist ja easy. Okay, ich hab... Das ist ja easy, Junge. Ach, Bruder. Ist das nicht mein Golfbetal? Ja. Er hat einen Bad-Golf-It-Tag. Bad-Golf-It-Day. True, Digga. Bad-Golf-It-Hits. Nein, ich wollte euch eine Chance lassen. Ach so, okay. Digga, was ist das für ein Löcher? Yo! Yo, okay. Er meckert, schade von dir. Binderin. Kostig. Tu es, André, du weißt, du willst es. Nee, ich warte. Komm, ich mach sogar Emo, siehst du? Woo! Ey, kann nicht sein, dass ich hier drei Schläge gebraucht hab. Hä, wie? Ich hab zwei gebraucht. Ich hab einen Bad-Golf-It-Day. Was soll ich machen? Digga, André, geh. Ehrenvoll, Digga. Kuss geht raus an mich selbst. Weil ich mich selbst küsse. Ey, das ist ja übel schwer. Ist jetzt auch. Ich mach's jetzt, pass auf. Okay, sorry. Ja, das steht halt genau in der Mitte. Wir müssen jetzt warten, bis er Out of Strokes ist. Ihr könnt, wenn ich F drücke, durchschlagen. Das wisst ihr, oder? Nein. Guck, Brexit ist in mir drin. Ja. Digga, nee, es ist... War gut. Äh. Boah, hey. Digga, Kalle, du bist echt der Meister in Kack-Maps rauszuholen. Wirklich. Out of Strokes. Oh, ich bin einfach drüber gegen Dings. Digga, André hat einfach geschummelt. Let's go, Digga. Das ist wieder ein Weltrekord, Digga. Hast du gesehen, Brexit? Ja, Mann. Aber Brexit, hat ja noch Anlaufschwierigkeiten. Ja. André, wir waren beide Letzter und sind Erster nun. Ja. Digga, das ist eine gehobene Wortwahl. Sind Erster nun. 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 Digga, okay. Digga, okay. Guck mal, wer mich reinhaut. Spaß. Der hat Spaß. Okay, okay. Nee, er hat kurz überlegt. Okay, wenn mich jetzt lieber weghaut, dann bin ich raus. Ah, ey, du. Digga, nee, Digga, nee. Erster Platz ist gesichert. Man, Brexit. ABK. Hä? MK. ABK ist das. Ist das nicht der? Ja, ja, ja. Oha. Ich bin ich nicht. Wie er redet. Kurent. Oh, schade. Kurent. Okay, nicht so deutsch lang. Ja, Tipp. Ich hab mich doll genug. Oh mein Gott. Ich bin im Ernst, Digga. Du hast mich fast reingehaut. Ey, Mann. Digga, was war das denn? Bin drin. Hat Brexit Google in One gemacht? Nee. Nee, Brexit. 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 Break, break. Bracist, Digga. Bracist. Bracist. Oh mein Gott. Boah, wir sind alle schlecht. Digga, was? Ja. Guck mal, Bracist. Dankeschön. André, komm. Ich hau dich rein. Oh, ihr Kustegi. Okay, ich kann nicht mehr rein. Oh, tut mir leid. Du musst selbst reingehen. Hä? Mach zweitkanal Brexit auf, Digga. Brexit. Dann redest du über England und so. Hä, wieso? Über England? Brexit. Brexit. EU und so. Britain Exit. Genau. Heißt das echt das? Ja. Loy. So, Leute, jetzt lernt ihr noch was. Kann man sich ja nicht denken. Drei Minuten Watchtime, weil einfach niemand was lernen möchte. Let's go. Ist so. Die schalten so ab von der Schule, Digga. Und jetzt auf einmal kommt wieder ein Kram. Ist halt echt so. Hey. Was war das? Okay. Brexit. Das wird's dumm. Mach ich nicht. Komm, tu's. Bitte. Sein Ehrenmann. Ich würde es nicht tun. Ich kann es auch nicht tun. Ich selber reinge. Digga, selbe. Digga, weg, Digga. Neh mal. Kalle war auch immer der Letzte, der im Fußball genommen wurde, ins Team. Digga, stimmt nicht. Ich war Torwart schon mal der Erste. Ey. Ey, Leute. Ihr seid so ehrenlos von euch. Oh, drinnen. Brexit. Ich liebe. Ja. Ihr kann geholfen, Digga. Oh. Hä, ich hab dir geholfen. Ich hab euch allen geholfen. Ich bin dein Helfer. Digga, mach jetzt nicht den Kalle. Ich trolle euch, aber ich hab euch geholfen. Ja, eigentlich wollte ich es freuen, aber irgendwas hat sich geklappt. Digga, auch das bleibt immer nur eine Minute für einen Hole. Ey, Junge. Wolltest du Watchtion zaubern, oder was? Digga, ich hab noch eine zweite, die genauso ist. Achso. Okay. Ich hab nicht gedacht. Genau so ist. Nein. Wow. Hä, woher kam dieses... Hä, war das jetzt in der Net? Das ist noch mein Knopf. Echt? Was hast du gemacht? Wow. Ey. Guck mal, Brexit. Ich bin vor dir, Brexit. Brexit. Guck mal, was willst du? Was? Digga, Kopf an Kopf rennen. So. Zwischen will, Bruder, ich bin vier Strokes voraus. Auf einer Real-Life-Mini-Golf-Map. Real-Life. Oh, oh, komm, komm. Wie euch immer treuert. Aber so. Einfach so. So. Komm, Gott, ich mach dich rein, weil ich ein Aaron-Man bin. Digga, du bist so ein Hund. Du bist so ein Hund. Du bist so ein Hund. Ich hoffe, du trittst auf Lego und rutschst dabei aus. Ich hab kein Lego zu Hause. Warte mal, ich hab Lego. Okay, das war zu hart. Hä? Komm, zurück. Hä? Das ist so, dass wir hier noch rein. Digga. Das ist halt, da ich die Web gewonnen wäre. Doch, Digga. Digga, Brexit, du bist es. Ich hab immer das Loch gesehen und war wieder am Anfang. Nein, ich hab's fast gemacht, hole in one. Guck mal. Digga. Guck mal, allein deswegen, ne? Allein deswegen. Allein deswegen. Hä, was war das? Keine Ahnung. Allein deswegen. Aber... ... Gut. Oh, geil. Oh, so geil. Okay. Ich sehe die Möglichkeit. Aber hab's verkackt. Ich sehe sie auch. Hä? Oha, jetzt hab ich in der Luft geküsst. Ja, Mann. Ich hab's noch kurz meine Maus genommen. Hopp, 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 hopp. Mua, Locojuice. Ey, du. Digga, Andre. Digga, An... Gönn doch mal. Oh, Digga, Brexit. Hä? Wie hat der das hier gemacht? Guck mal, schade. Guck mal. Er hat einfach Billiard gespielt. Ein Bruder würde gönnen, sag ich dir ehrlich. Hä? Achso. Warte. Nein. Ich gönne den nächsten Loch. Ich gönne den mein Loch. Äh, okay. Hole in one. Wenn ich jetzt nicht hole in one mach, ist Andre erster. Nee. Nee, beide gleich auf. Oh, yeah. Oh, no. Oh, shit. Okay. Aber ich bin erster bei der Tabelle. Was last? In meiner ersten Tabelle bin ich... You had unlocked. Okay, Leute. Nicht lang schnacken. Direkt in die nächste Runde. So. Nächste Map. Nächstes Glück. Und ich bin zurückgeblieben. Und ich bin zurückgeblieben. Erste Tabelle habe ich schon gewonnen. Zweite Mal wieder aufgefallen, Digga. Lüge. Du hast drei gebraucht. Andre, ich hau dich rein, okay? Okay. Digga, guck mal, was für ein... Ehrenlosen. Da unterscheidet ein Allmann mit ein Allmann. Ist so, einfach ein All... Weil ich im All bin. Allmann. Ein Allmann. Okay. Hat jemand Allmann gesagt? Hallo? Hallo? Anni, das war Autotune, ne? Okay. Egal, Junge. Rein da. Rein da. Hole in one, easy. Ist das dieselbe Map nochmal, Digga? Ne, ne. Es ist nur mit dem gleichen Design. Ich küsse euer Herz, hole in one. Kalle ist reingekombo, Digga. Ich hol mir lieber vorher Out of Strux, wie heißt, wenn ich Kalle nochmal reinhau, Digga. Also, dass er da die ganze Zeit campt am Anfang. OOC, Matt. Ich bin grad wieder passiv-aggressiv, Digga. Hab ich grad OOC gehört? Ich hab grad OOC gesagt. Die haben meine Elfenden 19-Würfel verhalten. Das ist echt, ey. Damit ihr Bescheid wisst, die haben grad irgendwie was Neues gefunden, womit sie Spaß haben wollen. Wollen. Die haben leider keinen Spaß haben. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh, was? Yo. It's the sun in the bullies. Der könnte auch so nix machen und die Runde geht auf. Oh, ich bin drin. Digga, es geht nicht. Es geht nicht. Ich hab's. Es geht doch. Digga, André hat einfach außenrum gemacht. Ja. Ich hab auch viel Schläge gebrochen. Ja, stimmt wirklich. Hab ich grade Schläge gehört? Ja. Ja. Schläger-Würfelpaar. Digga, was mach ich hier grad? Hä, Braxis, du auch? Kommentier doch mal, du hast viermal Hole-in-One gemacht. Oh, okay. Komm, wenn dir doch mal was ist. Jetzt macht der Hole in sieben, Digga. Oh, der war weh. Digga, Rails-Rekord-Versuch einfach gescheitert. Äh, ich hab den einzigen. Oh, der war smooth. Einfach reingekodert. Ey, Junge, ich raste aus. Das ist doch nicht wahr, Digga. André, du musst mit. Kann denn MBK sieben haben? Er macht Rekord gerade. Ist halt echt so. Aber in der New Map, meine war besser. Nein. Die Leute wissen gar nicht, worauf du laberst. Oha, Hole-in-One. Genau, schaut Andres Video. Hä, was ist dein Video? Ich weiß nicht mehr, für wen ich aufnehme, Mann. Gerade für mich. Hi. Ah, okay. Hey, wer ist hi? Hi. I got so high. Was? Schlag Nummer zwei. Schlag Nummer drei. Digga, guck mal, Kalle. Gönn mir doch. Ich mach einmal nicht Only One, weil du nicht gönnst. Digga, was für mal ich dich gönn? Du gönnst nicht. Nein, guck mal. Aber Möckern, du hast trotzdem nur zwei gebraucht. Leute, wie geht das? Ich mach ganz schlief. Ja, die kann's links, aber ganz rechts durch. Ja, das ist so groß, Digga. Hä? How are you? Einmal Brüdern vertrauen und dann so. Digga, Andres, gönn. Ja, okay, ich gönn. Aber immer... Du bist so ein Hund, du bist so ein Hund, du bist so ein Hund. Emme, Emme. Emme, Emme. Emme, Emme. Och, Mann. Ich bin, glaube ich, der 1-Ziel, der 3... Nee, bin ich nicht, André auch. Ja, aber nur wegen, weil ich dich auf 3 gemacht hab. Ich wollt grad Koma anstatt Karma sein. Boah, weißt du, was richtig ehrenlos wär? Wer kann jetzt so treuen, dass er nicht mehr ganz ein Hole in One schafft. Komm, lass machen. Challenge accepted. Digga. Mann, ich bin so schlecht für das Loh. Digga, guck mal. Warum, André? Oh. Hä, warum drückst du her? Oha, André. Kuss. Oh, Digga. Du, mir leid, Möcke. Du, mir leid, Möcke. Du, Breakfast, du. Weißt du noch, wie wir zusammen McDonalds gegessen haben? Du, Sommer! Geil. Einfach diese rote Zahl so zwischen den ganzen Hole in One. Das ist so schön. Das war ein Schläge. Uff. Ey, ich wurde zweimal getrollt. Bleib mal chillig, Digga. Okay, ich bleib chillig, sorry. Rex, wie, wie? Wie? Komm rüber, ich ruhig getroll dich. Er hat sich selbst getrollt. Hä? Ich kannte doch gar nicht. Wie soll ich selbst berollen? Ach doch, scheiße. Ich habe mich echt. Hä? Digga, also Real Talk. Es ist ja Videobeweis, Digga. Ich hätte alle auseinandergeknickt, Digga. Ich hätte euch alle auseinandergenommen. Ja, ja. Kommt, der Boomer husten. Ich darf nicht lachen. Digga, Mann. Spann die Möcke an. Alles gut. Vor allem wollen wir kurz drüber reden, dass Rex, seitdem wir dich getrollt haben, nicht einmal mehr Wort gesagt hat. Ich sag gar nichts mehr. Oh, das ist diese Oldschool. Hä, ich habe das berührt. Ich auch. Egal. Darf man das berühren? Muss man das berühren? Ich verstehe das Loch nicht. Ich bin drin, ey. Ich bin out of strokes. Willst du mich gerade lachen? Ey. Out of strokes. Oh, nein, Bruder. Digga, ich bin gegen den Fadenmasken geknallt. Bin drin. In zwei. Du weißt, du willst es. Tu es. Guck mal. Guck mal, wie der, wie der. Digga, er will nur Erster werden. Safi. Ja. Ja. Tamam, arbeitest du bei O2. Da wo da vorne? Mir willst du lieber was verkaufen. Er kann gar nicht mehr Erster werden. Ist halt echt so. Ich bin mit Abstand Letzter. Aber er will nur Erster werden. Du bist nicht Letzter. Bruder. Alles. Ach, bro. Loil. Ich bin nicht Letzter. Du bist Letzter. Aua, aua, aua. Mein Arm. Dein Arm? Ja, ich habe gerade meinen Arm am Tisch. Egal. Das ist egal. Digga, André. Du warst es doch wirklich wie so ein Fett. Du warst es? Ey. Digga, Mirkan. Was ist das für ein Loch, Bruder? Was ist das für ein Loch, Bruder? Also was tust du, Martin? Digga. Digga, Leute. Ihr seid jetzt nicht wirklich da. Bitte, was ist das für ein Loch, Digga. Hahahaha. Vor allem Kalle macht den ganzen Zeit... Kalle macht den ganzen Zeit... Kalle macht den ganzen Zeit, wer hat es denn wegen uns verliert. Er hat freifahren. Hahahaha. Freifahren. André, musstest du? Ich muss. Warte kurz. Warte kurz. Ey. Ey, ich bin fertig, oder? Ich bin fertig. Was? Ich bin fertig? Ja, André. Er wollte. Er will. Ey, ich bin auch noch Stokes. Ich habe gar nicht gehauen. Und wir können schafft sein. Ja, 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 ja. Einmal Nikke, Truland. Oh, Ehre, Kalle. Oh, Ehre, André. Oh, Ehre, André. Oh, André. Oh, Ehre, Kalle. Ehre, Merkan. Hole in one. Let's go. Hahahaha. 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 Ich nehm the difference. Wie ist, shocking thing? Das ist echt eine Scheissmatch, ne? Hahahaha. War … Ich isch Jekke nicht, warum man virtuell Golf ist Chij Was? Er ist hier gelandet! Normal, Bruder. Ich geh rein. Du beküllst… Ich Marcisatz, warum hast du gewartet? Sag mal. und ich wollte gucken, was passiert. кий D 뽑iger Hahahaha. Ja, ja, ja. Guck mal, ich bin trotzdem erster, Digga. Ich kann nicht mehr, Mann. Das ist aber scheiße, Digga. Das ist nicht für mich, Digga. Hey, da ist eine schiefe Wand. Und die nimmt uns auseinander. Guck mal, Andreas geht. Alle Gegenwirken. Hey, Becks, das wird uns gegenseitig glauben. Komm, wir... Oha. Hey, Jungs, wollen wir einen Golf wieder aufnehmen? Der ist trotzdem erster geworden. Okay, Leute. Kleiner Hestika. Okay, Leute, das war's mit Golf. Lasst doch gerne ein Like und Auge, checkt die Jungs ab und bis zum nächsten Mal. Euer Kalle. Ciao. Oh, gut, was schluckt am Ende?